Ey yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe leider zwei Wochen keine Videos mehr hochgeladen und ich habe selbst keinen Plan warum. Wenn ihr aktive Zuschauer seid, habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass ich einen Stream gemacht habe vor, ähm, ungefähr einer Woche. Da habe ich den Live-Stream gemacht, so circa zweieinhalb Stunden. Vielleicht wartet ihr ja am Start. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Da ich ja gesagt habe, dass ich bei 77 Abonnenten, wenn ich das bis durch diesen 3 schaffe, ein Turnier um den Battle Pass mache. Und natürlich ist es ja kein Fake und ich habe jetzt die 77 Abonnenten auf YouTube geknackt. Und es ist noch nicht Season 3, das heißt, ich mache das Turnier natürlich auch. Und heute zeige ich euch alle Infos zu dem Turnier, wann es Stand finden wird und alles andere, wie ihr da mitmachen könnt und so. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor das Video losgeht, wollte ich dir noch kurz sagen, dass du mir auf Instagram, Twitter und YouTube folgen kannst oder abonnieren kannst. Da heiße ich überall Lenny OG. Auf YouTube habe ich jetzt 79 Abonnenten. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da folgst. Dann habe ich 80 Abonnenten. Wäre sehr, sehr nice. Und jetzt fange ich auch direkt an. Nämlich hatte ich ja in dem letzten Video gesagt, dass ich jetzt ein Desert Somos machen will. In diesem letzten Video zu diesem Thema. Und ich habe es mir anders überlegt, weil Desert Somos ist irgendwie zu kacke für mehrere Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das nicht mehr so geil. Da gibt es auch nur so schlechte Waffen, eher gesagt. Und ja, deswegen mache ich das auf jeden Fall jetzt in Tilted Tower Summer Wars. Das ist ein Summer Wars, das ist viel cooler. Da kann man noch Kisten und so finden. Auf jedem Dach gibt es eine Königskiste, wo man im alten Rocket Launcher drin ist. Und der Code zu der Map ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Bock habt, da mal ein bisschen zu trainieren, wenn ihr das Turnier unbedingt gewinnen wollt, ist der Code auf jeden Fall als erstes in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Regeln für das Turnier. Man darf auf jeden Fall alles machen, was man will, außer natürlich hacken und cheaten und beleidigen. Man darf auf jeden Fall auch Kids abstauben, Rocket Launcher benutzt, für runterschießen. Man darf einfach eigentlich alles machen, außer es sind Sachen, die generell verboten sind. So, jetzt komme ich mal zu der wichtigsten Sache von allen, nämlich wann wird das Turnier stattfinden? Nämlich habe ich da mehrere Termine ausgemacht. Nämlich könnt ihr entscheiden, wann wir das Turnier machen. Ich mache oben eine kleine Abstimmung und jetzt zeige ich euch einmal die Termine. Nämlich morgen am 15.06.2020 um 14 Uhr und vielleicht morgen nach dem Live-Event, was um 20 Uhr abends stattfindet. Da weiß ich aber noch nicht genau. Packe ich trotzdem mal um in die Abstimmung. So, dann kommen wir jetzt dazu, wie ihr mitmachen könnt. Nämlich müsst ihr einfach nur Kanalabonnent sein und auf diesem Video ein Like da lasst. Natürlich könnt ihr nicht reinkommen, wenn ihr mich nicht als Freund habt. Ihr müsst einfach Lenny OG bei Freund hinzufügen eingeben. L groß und OG groß zwischen Lenny und OG in Leerzeichen. Wenn das bei euch nicht klappt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich nochmal genauer nach. Aber sollte eigentlich klappen, weil bei meinen Freunden hat es auch geklappt. Dann werde ich auf jeden Fall die FA annehmen. Und dann können wir auch schon mal davor zusammen zocken, wenn ihr kommt Online-Sendung und ich. Und ja, das wäre es erstmal dazu. Natürlich werde ich beim Turnier auch ein Video aufnehmen. Wenn ihr es nicht okay findet, also dass man eure Stimme oder so hört, dann sagt das einfach, bevor ich das Video anfange. Ich fange das nämlich noch nicht direkt an oder ich schneide das dann einfach raus, wenn ihr es mir sagt. Und ja, dann mürtet euch auf jeden Fall. Aber sagt euch das dann lieber vorher. Den Gewinner werde ich dir dann direkt dem Blablablau schenken, wenn ich an dem Tag der Season 3 online komme. Und noch eine wichtige Sache, wenn ich das Turnier gewinne, dann schenke ich niemandem den Blablablau. Also müsste ich auf jeden Fall anstrengen. Ich bin nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Sorry, dass mein Headset gerade gepackt hat. Und jetzt würde ich eigentlich schon sagen, war es das auch schon mit dem Video. Das würde mich natürlich auch ein... Ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wenn ihr jetzt das Video hier nicht liked und den Kanal abonniert, könnt ihr euch nicht mitmachen, außer ihr habt halt kein YouTube-Konto. Dann geht das nicht. Dann könnt ihr trotzdem mitmachen. Ich würde mich an der Stelle verabschieden und tschau. Ich würde mich an der Stelle verabschieden und tschau.